Ich glaube wir machen übel die Schatze hier, könnte es ein Gegenschlagsignal, was ist das? Bei Gegenschlag selbst kämpfen, erst wenn die Zeit abgelaufen ist, oder was? Nee, jetzt! Geht man fachmisch, mehr? Das war's für heute. Oh, neun schauen, nice. Wäre mit Balliste auf, was du bist. Was nächste Horde kommt. Kriegst du was abgehen? Nicht richtig, nee. Jetzt kommt die nächste Horde. So, ne, wir können jetzt wahrscheinlich... Oh, der kommt in 100 Sekunden. Jetzt können wir wieder ausbauen, alles. Das wir hier auf jeden Fall richtig tun. Wo wir hier vorne automatisch herein. Über eine Feuerartillerie greift Monster von vorne automatisch an. Schöpfe einfach die Felder aus auf den roten NPC-Kanonen. Mit den roten NPC-Kanonen-Ballisten. So, hab ich schon 12 und 2 gehabt oder was? Hier rotes hinbauen. Ja. Weil die alle automatisch schießen. So, das ist schon voll. Und was zentrales für selbststeuerbare. Bei Monster zum Beispiel eine Barrikade angreifen, könnt ihr auf Ballisten mit X Abschreckschuss machen und den canceln. Oder zweimal explosiv auf die Birne, dann sollten die meisten auch liegen. Okay. Also ich weiß schon mal, dass ich froh bin, wenn wir in Rise in Sunbreak sind, weil dann gibt's keine Randale mehr. Hier gibt's noch ein Spiel. Ich tu hier zwei Bomben rein. Du weißt, dass da unten Zahlen dran stehen. Von den roten, ne? Wo es schon dran steht, dass sie überall schon verbraucht sind. Ne, das sind so einzelne Bomben gewesen. Ja, ich bin bereit. Ah, irgendwo hab ich mich angerollt. Achso. No. I don't wanna die. Das ist da. Da gibt's ja nichts mit King gegen mir. Aber dann auch keins dabei, ne? Ja. King-Gandale ist schon richtig dumm. Nup. Da liegen's. Gegenschlag abgekriegt. Achso. Gegenschlag-Gong. Was ist denn der Gegenschlag-Gong? Ja, der war ja irgendwie schon gleich am anderen Blick. Ja. Jetzt können wir draufhauen. Ja, oder ich werde jetzt einfach mal sterben, weil ich mich hier gegen den Kopf hab. Ich kann, dass wir jetzt irgendwie mehr Damage machen. Ich glaube, das Problem ist auch, deswegen, wenn Gegenschlag selbst kämpft, können wir nochmal da nicht draufhauen. Achso, wenn du den Gegenschlag-Gong machst, dann müssen wir selber draufhauen. Ja. Ja. Ich bin immer noch irgendwie ausdrrix coin-Gong machst. Ja, boah. Ich bin direkt vom Schaden dabei. wie er jetzt zurück wird passt das nicht 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 Was ist bei dir? Eigentlich war es ok. Ich habe das Gefühl, du richtest das aus. Vielleicht sind 20, vielleicht 20, 105, 27, 26, 105. Jetzt die Panäne kaputt. So, vielleicht sagen wir die da vorne im Tor spielen. Ich mache mal Fakten spielen. Ah, mit Chippen. Ich glaube, die dürfen da nicht durchbrechen. Das ist ja wie laut Schang-Lung, nur mit multiple Monstern. Das ist auf jeden Fall nicht so geil. Die unsere, unser Ding ist übel im Arsch. Kann man da irgendwas machen? Werden wir das verkacken? Kann man das nicht richten? Nee, guck mal, schaffe. Jetzt kommen wieder welche. Die dürfen nicht durchbauen. Ich kriege einen Schlag abgefallen. Jetzt müssen wir draufhauen, weil wir Damage-Warp haben. Wir machen unsere Schlag kaputt. Wir machen unsere Schlag kaputt. Wir machen unsere Schlag kaputt, 45,5-3-3-2-3,5-3-1-3-0-4-4-1,5-6-4-4-1-3-3-3-3-3-1-4-4-1. wir müssen unbedingt da vorne aufpassen doch stehe und schicke gegen die wand und danach direkt a drücken und dann direkt arbeiten und dann hat man den lenken wieder ein bisschen mit er will halten dann kann er hat sie nicht schälen ja aber dann hat er gefallene acke weil er tot ist ja das ist schon ein paar sabios das ist gescheitert geil wir sind einfach am anfang nicht darauf geachtet dass die ja aber aus anderen spielen aus welchen anderen spielen wir haben am anfang nicht darauf geachtet dass sie das tor nicht kaputt machen dürfen das scheiße ich finde alle dumm noch mal einfach damit es weg jetzt eisbauen zum beispiel ja okay die rendale ist echt dumm haben sie das tor durchbrochen ja fest annehmen ja was lädt? guck mir noch es lädt noch Ah ja, aber heute war ein guter Tag. So, kreuz an. Nimm es grad an, kannst dein RT drücken jetzt, weil das... Die Waffen von den Monstern sind bei den Spielern für hohen Crit-Wert beliebt. Weiß gar nicht, also die ganzen niedrigen Waffen weiß ich nicht. Kommt drauf an, was es ist, aber ich glaube, in sowas bin ich richtig scheiße. Also Maxi, sag mal. Die Waffen von den Monstern sind bei den Spielern für ihren hohen Crit-Wert beliebt. Ich hab's auch gesagt Kulu, aber ich glaub nicht, dass es Kulu ist. Ich hab's auch gesagt Kulu. Ich hab's gesagt Kulu. Ich hab's gesagt Kulu. Ich hab's gesagt Kulu. Ja, ich hab's gesagt Kulu. Ich hab's gesagt Kulu. Eine Haarträger? Ich weiß es nicht. Ich bin schlecht in sowas. Hey, da ist so... Da ist so ein Punkt da vorgelegt gewesen. Ist hier nicht irgendwie... Ich hab schon wieder kein Gegengift, verdammt. Ich glaub du kannst auflösen. Ich mach hier eine steuerbare Ballett dahin. Wo ist hier? Wo ich jetzt bin. Da hinten, ja ok. Man hat hier auch nur diese ganzen... Was passiert denn jetzt, wenn ich die hier baue? Verschwindet dann eine? Was ist denn hier? Ich freue mich mit dem Ältesten. Fogel. Der Typ heißt Fogel. Der ist jetzt da und macht da Massaker. Aber da steht da oben. Das war ein bisschen dumm, glaub ich. Warte mal, ich muss den da weg. Oh, das bin ich auf meinen scheiß Hund aufgestiegen. Hallo, steig ab bitte. So, warte mal. Hier ist die erste Base, oder was? Nee, wir müssen hier bauen. Ja, hab ich schon alles. Also, da hab ich gebaut die ganze Zeit. Okay. Wir müssen jetzt... Die hin. Ey, das ist... Anzeigen wie 5 von 5, das ist halt sau dumm, ne? Dann lass uns erst mal hier das machen. Das geht halt los jetzt. Und hier ist nur eine Steuerbauer, oder was? Ich glaub schon, also ich hab da keine Steuerbauer hin. Was dumm war. Ich hab hier noch ne Steuerbauer hin. Ich hab hier noch ne Steuerbauer hin. Wir müssen Anlage nicht haben. Ich mach hier ne Steuerbauer hin. Ich hab hier nicht gewag. Also, da bin ich jetzt zuerst. Das sind sie sicher. Na? Wirklich? wie einen scheiß machen wir sind so auch machbar aber ich glaube so ein bisschen weniger ich bin jetzt schon bei dem zweiten Ding ja ich bin zwar selbst dass man die nicht wieder aufbauen kann die Dinger also die die okay Okay. Ich habe da noch angestehende Gesichter. Geiste Maxi. Passt noch Gegenschlag für mich. Das war so. Beste sind also da. Ich bin jetzt weg. только jetzt wirklich mal der Tatort. Okay, ich bin hier.